willkommen zum mindcast deinem virtuellen wohnzimmer wo bin ich denn hier gelandet ich meine schön ist es hier ja aber nicht so schön wie in winden hallo bist du denn wir versuchen hier gerade den mindcast aufzunehmen ja ja mindcast schön und gut aber wir werden auch einen podcast zusammen aufnehmen scheinbar erst in deiner zukunft gehe einfach auf sigmundus-podcast.de und folge den spuren spuren was für spuren du ich muss jetzt aber auch los aber vergiss nicht wenn vögel fallen und kinder verschwinden dann ist klar wir sind in winden willkommen zum mindcast deinem virtuellen wohnzimmer für alles rund um spiele filme und serien sowie alles was dein nerdherz höher schlagen lässt und hier sind deine gastgeber markus und christian let's get ready to tauchen herzlich willkommen christian herzlich willkommen liebe nerds zu folge 162 vom fantastischsten mindcast in eurem podcatcher ich denke mal es ist der einzige von daher fällt diese auswahl nicht schwer willkommen zum thema das unbekannte in der tiefsee wir werden heute tief mit euch abtauchen in unsere gedanken welt was dieses thema angeht aber auch ein bisschen den großen zeh ins kühle nass des großen meeres des unbekannten stecken sozusagen hallo christian wow du bist metaphorisch heute aber mal richtig top notch tach nötz ich bin der christian und ja ich weiß nicht was mit marcus heute los ist ein bisschen sonderbarer als sonst aber gut wollen wir mal war genau über sonderbare dinge soll es denn heute auch so ein bisschen gehen zumindest teilweise also das was ich gesehen habe sehr sonderbar ja ja und damit bin ich nicht gemeint meine kameras nämlich gerade aus genau das ding ist das ding ist das ist so ein thema das habe ich ja schon relativ lange bei uns auf der themen wunschliste stehen hat es zwischendurch mal runter gestrichen dann hat es mal wieder drauf geschrieben irgendwie und heute ist es endlich soweit das ist ein thema über das könnte ich tatsächlich ewig lang sprechen aber irgendwie habe ich gar nicht so viel dazu zu sagen das klingt merkwürdig ist aber so denn es ist einfach ein thema das mich total fasziniert und deswegen tauchen wir hinein in dieses thema im übertragenen und wörtlichen sinne wir wühlen uns quasi durch unsere gedanken das unbekannte in der tiefsee hat es ja schon so ein bisschen im titel das unbekannte und meine grundfaszination hängt genau mit diesem unbekannten zusammen ich bin absolut keine wasserratte deswegen ist es umso merkwürdiger dass mich dieses thema so fasziniert denke ich aber ich mag so dieses ja ja dieses große fragezeichen was einfach da drum hängt das hat mich schon als kind fasziniert ich habe als kind schon so bücher über das bermuda dreieck und so gelesen was ja dann auch so was hat irgendwie da ist mehr und da verschwinden irgendwelche sachen und so weiter und darüber bin ich auch so ein bisschen in diese diese tiefsee geschichte reingekommen das ist ja so diese grundfaszination ähnlich wie bei horrorfilm man gruselt sich so auf der einen seite vor dieser vorstellung was lauert da vielleicht in den tiefen und auf der anderen seite lockt ein das irgendwie doch so ein bisschen an den beckenrand irgendwie an und ja das ist so meine gedankliche ausgangsposition wie wie startest du so gedanklich in das thema wie starte ich gedanklich in das thema das ist eine sehr gute frage darüber habe ich mir noch keine gedanken gemacht nein also ja faszination tiefsee erst einmal bin ich ja riesiger fan generell von dokumentation ich gucke mir allerlei dokumentation an weil das heutige thema basiert auf einer dokumentation die wir uns beide ja angesehen haben und festgestellt ich habe mir eine andere angeguckt als die dichter verlinkt hat nein aber aber das aber das ist egal ich also ich gehe thematisch gar nicht so auf einzelne punkte dieser dokumentation ein sondern mehr so um das ich habe dir ja verlinkt um um so ein grundfeeling einfach mitzugeben auf dem weg okay mein grundfeeling ist dunkel nass nein kalt nass und hart so ich lasse das einfach mal unkommentiert stehen genau lassen wir das einfach mal unkommentiert stehen genau ich lasse gerne stehen auf jeden fall wo ich gerade jetzt war könntest du bitte damit aufhören dankeschön nein auf jeden fall gehe es mir darum ich gucke ja auch sehr viel und sehr gerne dokumentationen und das was du mir da verlinkt hast fand ich auch so ein bisschen spannend weil ich so kaum berührungspunkte mit dem thema tiefsee habe ja ich weiß zum beispiel dass es diverse tiefe gewässer hier auf der welt gibt ich glaube der marianengraben war sogar der tiefste punkt oder so bin mir jetzt aber nicht sicher und was ich da an geschöpfen gesehen habe fand ich sowohl hochinteressant als auch so ein bisschen weird erschreckend ich weiß nicht wie ich das sagen soll alleine ich weiß ich weiß nicht ob du sie schon mal gesehen hast da du ja eine andere dokumentation gesehen hast aber es so das erste was dir da begegnet sind diese geister gespenster fische ja die sind mega die die finde ich super weird weil ich kann nicht festmachen wo in dieser galärt artigen kopfstruktur wirklich jetzt diese augen sind weil du hast einmal an der wand dieser galärt kuppel so zwei vertiefungen die die augen sein könnten aber so wie ich das jetzt verstanden habe sind innenliegend diese sogenannten teleskop augen und das macht bei mir ich kriege das nicht gefasst was macht der kopf hier halb transparent sein sonst siehst du ja nichts wenn die augen drin sind genau genau aber ich kann das so quasi dass das kann mein hirn nicht verarbeiten dass das die augen sein soll das ist ganz ganz eine eigenartige geschichte und ja wie gesagt ich finde es auch hoch faszinierend wie sich diese geschöpfe diese tiere an diese unwirsche lebensbedingungen da anpassen können weil du hast ja da drücke von 1000 bar wenn du dir vorstellst ein bar ist quasi unsere normale normaler raumdruck eine 1,014 bar glaube ich oder irgendwie sowas und du hast das tausendfache dieses atmosphärischen drucks in dieser tiefe also alles was da unten hinkommt inklusive menschlicher individuell sag ich mal würden sofort total zusammengepresst und würden aussehen wie ein pudding danach ja das das problem daran ist ja einfach dass da viele faktoren zusammenkommen oder mehrere faktoren zusammenkommen die für uns selbst jetzt erst mal sehr unwirsch nicht wirtschaftlich unwirtlich sind aber auch sehr wenig einladend von der grundprämisse her also wenn wir jetzt vom vom wirklichen tiefseebereich sprechen sprechen wir über mehrere tausend meter tiefe das erst mal so als basic effect da befindet sich dann der sogenannte abyss das ist die tiefstschicht des ozeans also wirklich ganz 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 unten und da noch ein stück drunter dazu gibt es ja auch diesen gleichnamigen film bis aus dem wunderschönen jahr 1989 von james cameron mit dem fantastischen ad harris ich mag ihn sehr in allen rollen wo ich ihn herkenne kann ich nur empfehlen müssen wir uns irgendwann mal reinziehen das ist echt nicht schlecht oder wenn du ihn irgendwo mal zu packen kriegst zieh den ja echt mal rein okay kann ich auch nur empfehlen hat jetzt natürlich so ein bisschen was mit dem fantastischen zu tun so ein bisschen alien organismus mäßig in die richtung aber so dieser grundgedanke so wirklich diesen sehr unwirscher hey warum was habe ich denn schon mit unwirtschaftlich diesen unwirtlichen bereich zu erkunden finde ich total faszinierend denn du hast es gerade schon gesagt also da unten herrschen wirklich sehr sehr niedrige temperaturen das kommt noch dazu durch den hohen salzgehalt dort kann das wasser tatsächlich auch noch ein bisschen kälter werden als man es normalerweise gewohnt ist und das ding ist es sind zum einen diese sehr niedrigen temperaturen denen kann man vielleicht mit entsprechender kleinung noch entgegenwirken dann kommt halt dieser unverhältnismäßig hohe wasserdruck wo du dann auch teilweise schon mit untersee fahrzeugen also wir reden jetzt nicht hier von von unserem menschlichen körper sondern von speziellen untersee fahrzeugen wo du da dann schon probleme kriegst mit dem druck wobei die technik uns da natürlich mittlerweile immer weiterhilft da methoden zu entwickeln dann auch in diese bereiche vorzustoßen natürlich mittlerweile aber das haben ja auch dann also man muss sich vorstellen da waren leute die also wo wir technisch noch nicht so weit entwickelt waren die irgendwann in diese tiefen immer weiter vorgedrungen sind meter für meter für meter und irgendwann du musst dir vorstellen du bist lass es nur ein paar hundert meter unter dem meeresspiegel sein du sitzt vielleicht in so einer kleinen kugel drin kennt man aus filmen und so weiter und plötzlich hörst du wie diese wie dieses ding um dich rum was dich am leben hält angefangen wird du gehst zwei meter weiter runter und du merkst so und hörst wie das metall sich verbiegen sich ähm ja ich müsste eigentlich noch hundert meter runter ich glaube ich lass das jetzt mal da möchte ich nicht in diesem fahrzeug sitzen ne und und dann gibt's halt leute dann gehen die halt wieder hoch kommen das nächste mal mit einer krasseren maschine wieder schaffen wieder ein paar meter mehr oder zehn meter zwanzig meter fünfzig hundert wie auch immer und irgendwann bist du halt einfach ein paar tausend meter da unten irgendwie am rumeiern mit irgendwelchen sonden von mir aus auch nur weil du selbst da dann auch nicht dahin schaffst oder wie auch immer und dann hast du es irgendwie geschafft diesem druck stand zu halten dann hast du aber noch ein problem da kommt halt einfach kein licht hin ja das heißt du musst dir dann auch noch mit künstlichem licht behelfen dann siehst du natürlich auch immer nur dahin wo du hin leuchtest dann ist es eine frage der energieversorgung für eine gewisse zeit du musst ja auch erst mal darunter kommen das braucht ja nun mal auch schon mal ein bisschen zeit und so weiter also da stecken so viele faktoren drin die eigentlich sagen nee lass es doch einfach und wir menschen machen es halt trotzdem was ich so faszinierend finde ist auch einfach das ist unser planet auf dem wir zu gast sind noch eine weile hoffe ich wenn ich mir so alles angucke wahrscheinlich nicht mehr ganz so lang bis der planet uns als fremdkörper abstößt aber im moment sind wir noch da und wir haben im endeffekt wenn man das ins verhältnis setzt mehr vom weltraum um uns herum entdeckt und erforscht als von unserem eigenen planeten es gibt so viel unter wasser und auch in den tiefen erdschichten und so sprachlich irgendwie also der einstieg war flawless aber jetzt geht es steil bergab sprach kontingent aufgebraucht sprach angefangen und stark nachgelassen ja ja das ist das motto meiner biografie das ist das wort she said also das ding ist das ding ist es sprechen so viele faktoren dagegen es ist zu tun aber ich finde es faszinierend dass menschen da so entdeckerisch sind und schon immer gewesen sind ja dieses unbekannte entdecken zu wollen normalerweise und das steht so entgegen von unseren urängsten weißt du dunkelheit ist eine urangst die jeder mensch in sich trägt ja so die absolute stille da unten bis auf wenn sich die brotbüchse in der du unterwegs bist anfängt zu verbiegen ist auch so ein ding was eigentlich keiner so wirklich cool findet menschen können gerade menschen aus der heutigen zeit sind kaum in der lage stille auszuhalten dann gibt es auch coole videos auf youtube rüber irgendwie so der stillste der leiseste raum der welt so wo das so komplett abgeschottet ist wo leute das keine zehn minuten drin aushalten teilweise die werden komplett wahnsinnig da drin ich kann das nachvollziehen ich halte es auch in meiner wohnung nicht lange mit stille aus dann würde ich nicht wissen wie das in diesem raum ist und dann bist du auch einfach ich sag mal im schlimmsten fall auch wirklich komplett alleine und ich musste da sofort an das spiel subnautica denken das da hast kommst du so wenn du nicht gerade selbst tiefseetaucher bist kommst du da glaube ich sehr nah an dieses feeling ran auf spielerische art und weise je mehr du in diesem spiel abtauchst umso dunkler wird es umso mehr bist du auf die technik angewiesen am anfang bist du noch so mit fußflossen unterwegs am rumpaddeln ein bisschen und je weiter du nach unten kommst irgendwann brauchst du dann also du kannst ja ein bisschen zu einem u-boot wirklich bauen wo du dann richtig schön tief tauchen kannst mit und auch das kommt irgendwann an den punkt wo es um dich rum zu knarzen anfängt und das ist halt das ist halt krass es wird immer dunkler es wird immer stiller irgendwann hörst du nur noch in der entfernung irgendwelche großen tiefseekreaturen in der entfernung du weißt okay irgendwo sind sie aber du siehst sie halt nicht und das ist halt original dieses feeling was einen da glaube ich erwartet und was ich gerade gesagt habe dass wir um uns herum im Weltraum eigentlich mehr erforscht haben als in unserer tiefsee weil wir teilweise nicht dahin kommen aber dann irgendwie es besser hinkriegen ins Weltraum geschossen zu werden irgendwie anstatt unsere unsere plätscher gewässer da bis zum ende zu erkunden. das finde ich so krass und was so meine gedanken schlagen überschlagen sich gerade so dieses wenn ich mir vorstelle was man so aus filmen kennt irgendwelche untersee höhlen wo dann so ganz eigene biome existieren irgendwelche kreaturen die noch nie vielleicht irgendein mensch gesehen hat und das das ist so krass dieser diese eigene arten vielfalt je tiefer du kommst um so verrücktere kreaturen gibt es ja weil die halt immer mehr von dieser norm also ich sag mal wenn man jetzt den den meeres spiegel so als norm bereich sieht so in dem bereich bewegen wir uns ja auch plus minus ein paar hundert meter sage ich mal vielleicht die ganz extremen auf auf irgendeinem gebirge oder so irgendein volk was das lustig findet im himalaya oder so aber ansonsten so diesen vergleich mehrere tausend also je mehr du von diesem meeres spiegel abweist umso verrückter wird es so gerade in richtung tiefsee weil da einfach nicht so viel abgeht so da sind wir halt einfach nicht das oberhalb des meeres spiegels das konnte man sich halt relativ schnell erschließen irgendwann spätestens mit flugzeugen und pipapo da geht es dann um sauerstoff der fehlt den kann man relativ gut ersetzen mittlerweile so dann das ist jetzt nicht so das problem für uns menschen auch da ist natürlich irgendwann druck so ein bisschen ein problem aber halt nochmal anders als in der tiefsee irgendwie und diese vorstellung was da alles kreucht und fleucht was vielleicht bis heute noch kein mensch gesehen hat was vielleicht auch ganz gut ist für diese kreaturen weil wenn sie lecker schmecken sind sie bedroht und wenn sie nicht lecker schmecken dann sind sie eine delikatesse und sind bedroht so i'm looking at you china ja komm das hat nichts mit rassismus zu tun die essen einfach alles wirklich alles gut soll auch jeder essen was er will meine güte aber es ist schon sehr bezeichnend wenn man einfach alles was kreucht und fleucht sich irgendwie in den mund stecken muss irgendwie hat vielleicht auch so ein bisschen was pathologisches naja egal kommen wir weg vom untersee rassismus und kommunismus zum untersee bereich der tierwelt wieder zurück ich finde es halt krass diesen gedanken so man hat halt so eine vorstellung was sind tiere was sind tiere die an land leben was sind oder nicht nur tiere was sind lebewesen an land blumen menschen sind ja auch alles lebewesen oder pflanzen tiere lebewesen menschen und so weiter es sind ja alles also sind alles lebewesen und was kreucht und fleucht oder wächst in form von unterwasser gewächsen und so was wächst da so in den letzten ecken in den in den hintersten ritzen des tiefsten meeresgrabens oder in irgendwelchen unterirdischen höhlensystemen keine ahnung was wo man vielleicht doch einfach zu groß ist hinzukommen oder wie auch immer was was für mikrobiotope es gibt mit irgendwelchen winzigen lebewesen oder irgendwelche riesen kraken und so weiter finde ich total faszinierend und du merkst schon ich überschlage mich gedanklich förmlich ja merke ich weil ich es also ich finde es so ich finde es so krass dass es dass es heutzutage einfach noch so dinge gibt und das ist in der zeit in der wir leben kaum vorstellbar dass es einfach so dinge gibt die man sich noch nicht völlig erschlossen hat die man sich nicht unbedingt erklären kann wo wenn du eine frage zugestellt bekommst einfach nicht direkt eine antwort zu hast wenn wenn dich jetzt jemand fragt ja was gibt es auf dem bauernhof weißt du sofort eine handvoll sachen aufzuzählen ohne nachzudenken wenn jemand sagt ja was was siehst du im zoo was siehst du im gebirge wie ist es da wie ist es da aber bei der tiefsee da wird es halt schnell schwierig ja so weil wir da einfach nicht so drin sind was ich auch super spannend fand gestern bei der dokumentation die ich mir angeguckt habe das war ja auch der du hast es gerade angesprochen der riesen tintenfisch der riesen kalmar wo tatsächlich noch kein lebender von gesehen wurde genau dann die erste aufnahme davon genau genau und ich habe gestern wikipedia mal kurz so ein bisschen durchforscht als ich mir den gespensterfisch noch mal so ein bisschen angucken wollte und bin da auf ein interessantes detail gestoßen es gibt derzeit nur 25 bekannte spezies an tieren die in der tiefsee entdeckt wurden wenn ich mir vorstelle wir haben in der ich sag mal in den nicht so tieferen schichten der see und an land und so weiter tausende hunderttausende ich sag mal verschiedene spezies verschiedene tierarten aber in der tiefsee wurden gerade mal in anführungsstrichen nur 25 entdeckt das finde ich auch wiederum faszinierend da sieht man welches potenzial an entdeckungen da eventuell noch herrschen kann was da platz ist für eigentumswohnungen christian ganz genau genau ich wollte schon immer auf circa zwölf kilometern tiefe leben na siehste da hast du auf jeden fall genug zeit podcast zu hören auf dem weg zur arbeit ja das stimmt ne und auf jeden fall fand ich das eben so hochinteressant wie die sich auch angepasst haben ne dass es tiere gibt die eine art biolumineszenz entwickelt haben um quasi ihr eigenes licht herzustellen damit sie überhaupt was sehen können oder die gar nicht sehen müssen die halt einfach irgendwie anders agieren genau ne und es ist ja nicht nur um des sehens willens sondern auch um des gesehen werdens was nicht immer von vorteil ist wenn man das einzige schwimmende tier in der umgebung ist ja durchaus und bunkelige augen in der dunkelheit lauern genau durchaus mit einstäbchen in der hand ich weiß nicht was heute mit mir los ist sorry du bist heute ein bisschen sehr aufgedreht ne auf jeden fall fand ich das auch hochinteressant dass es ja nicht nur darum geht sehen oder gesehen zu werden sondern was im prinzip auch dazu führt auch zur fortpflanzung damit man auch quasi die eigene art in anführungsstrichen erkennt ich hatte gerade vor dir noch eins zu werfen damit man weiß wohin man zielen muss ouch achtung hier ist meine kloake bitte zielen sie hier genau bitte einmal da rein ne und ja wie ich schon sagte ich finde das halt einfach super faszinierend wie viel potenzial da eigentlich noch drin steckt was man da alles erkennen kann übrigens habe ich auch gerade nochmal google gefragt was wirklich der tiefste punkt der erde ist und ja mit zwölf kilometern ist es der marianengraben ne deswegen war mein guest sogar richtig das glaube ich wenn der zu hundert prozent erforscht ist ist er nämlich glaube ich noch nicht soweit ich weiß aber genau das coole daran ist ja finde ich dass du du hattest ja eben schon gesagt so dass die tiere da irgendwie gelernt haben mit klar zu kommen in dieser also das ist ja so eine evolutionssache natürlich genau auch da so sich vorzustellen gut da gab es vielleicht nicht immer tiere oder das ist evolutionstechnisch vielleicht sogar noch ein überbleibsel von ganz ganz früher das ist sogar wahrscheinlicher denke ich mal da war ja ursprünglich eher so aus dem aus dem gesyp kommen von daher wird die richtung evolutionstechnisch wahrscheinlich sinnvoller gewesen sein dass die sich nach oben hin entwickelt haben bis es irgendwann ans land ging für den ein oder anderen fischkopf und ich finde es interessant weil man vielleicht gar nicht so drüber nachdenkt dass die rein vom körperbau her ja auch ganz anders strukturiert sein müssen denn diese tiere haben ja nicht nur tricks entwickelt im sinne von wie überlebe ich hier in der umgebung was temperatur und so weiter angeht wie wie entwickle ich mich was das angeht sondern auch einfach diese druckgeschichte also warum warum werden diese fische nicht zerquetscht aber so ein kleines ein mann u-boot vielleicht schon ab einer gewissen tiefe muss man sich doch denken so hart kann der fisch ja nicht sein aber es ist halt nicht immer eine frage der härte sondern wie ein körper auch aufgebaut ist und diese wenn wir jetzt einfach mal bei mehr oder weniger simplen fischkreaturen bleiben kann man sich das ja so vorstellen tatsächlich ich musste auch ein bisschen nachlesen weil ich auch nicht gecheckt habe warum werden die nicht zerquetscht habe ich mich tatsächlich mal kurz informiert hatte ich keine ahnung drüber aber ich finde das ist sage ich den Kindern auf der Arbeit in der Kita auch immer weil die denken immer so Erwachsene müssen alles wissen ganz oft kommen Kinder aber mit Fragen wo ich auch keine Antwort drauf habe dann sage ich ja lass uns doch mal selber nachgucken lass uns doch mal gemeinsam jetzt auf die Suche nach einer Antwort gehen finde ich total spannend entwickeln sich auch ganz oft irgendwelche Projekte draus dann teilweise die die Kinder über Wochen faszinieren deswegen bin ich so von Berufswegen her eigentlich immer total offen dafür Dinge auch mal nicht zu wissen ich liebe es natürlich auch Dinge zu wissen und Recht zu haben aber ich kann auch mit der anderen Seite leben und kommt immer darauf an mit wem ich spreche aber wenn man da mal so ein bisschen nachforscht wenn man keine Ahnung hatte so wie ich zum Beispiel im Vorfeld ist es total spannend denn die Körper haben in der Regel keine Hohlräume das ist schon mal so ein grundsätzlich positives Konzept wenn man nicht vom Druck um sich herum zerquetscht werden will keine Hohlräume kein Platz gequetscht zu werden so vom Grundgedanken her und diese Fischwesen haben halt auch einfach keine Schwimmblase was man normalerweise so als Fisch mit sich herumträgt damit das halt einfach funktioniert damit die da eben nicht zugrunde gehen diese Fische wiederum oder diese Kreaturen wiederum würden an Land allerdings platzen genau weil das nicht funktioniert also andersrum kommen die halt auch nicht mit klar so und das ist so deswegen hat das auch mit einen Grund warum du diese Kreaturen in der Regel dann auch einfach nicht irgendwo mittendrin bei deinem kurzen Tauchgang zwischen den Korallen siehst weil die aus gutem Grund auch da unten bleiben müssen so weil wenn die sich mal ein bisschen zu hoch verirren dann sagen die und dann hat sich das mit der Erkundungstour nämlich erledigt dann siehst du so kleine Blutwölkchen so paff 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 Naja und dementsprechend ist das so ein Erkunden in beide Richtungen sehr eingeschränkt wir haben jetzt den Vorteil dass wir technologisch uns weiterentwickeln oder zumindest dass wir uns technologisch entwickeln ob das immer so eine Weiterentwicklung ist weiß ich jetzt nicht aber wir haben zumindest immer mehr Möglichkeiten Dinge zu tun oder Dinge zu lassen oft lassen wir Dinge aber in diesem Fall haben wir uns natürlich auch neue Möglichkeiten öffnet tiefer zu kommen und wenn es nur ist unbemann und dafür mit einer Kamerasonde oder wie auch immer die dann vielleicht auch in kleinere Höhlen Systeme reinkommt oder ein bisschen wendiger ist oder 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 vielleicht von der Bauweise auch einfach günstiger zu reproduzieren ist dass man auch mal ein paar davon schrotten kann sag ich mal ohne jetzt so ein riesen Gerät gebaut zu haben ich meine gerade die kleintechnischen Sachen die da runterkommen die werden auch einiges kosten aber werden im Schnitt günstiger sein als ein großes U-Boot sag ich mal ähm was du dann entsprechend fit machst für solche Tiefen ähm könntest du dir das vorstellen warst du schon mal in einem U-Boot? nein äh also äh ja ich war in einem U-Boot Museum quasi also ich meine schon richtig ne richtig schon guter Wasser und so gut das das hatte ich mir schon fast gedacht nein war ich noch nicht also ich bin ja wie gesagt keine Wasserratte ich glaube ich würde komplett wahnsinnig werden das würde mir also allein der Gedanke jagt mir so eine Heidenangst ein so tief unter Wasser zu sein und im Prinzip ein kleiner Fehler und du bist einfach tot weißt du wenn ich schnorcheln gehen würde und mir fliegt der Schnorchel aus dem Maul irgendwie dann kann ich sagen okay ich tauch jetzt schnell hoch wenn ich Glück hab komm schluck ich ein bisschen Wasser und treib vielleicht ein bisschen oben aber wenn mir das da unten passiert dass mein Gefährt kaputt geht ja dann dann war es das ja klar so weil dann wieder das Problem des Druckes dann ja nicht mal unbedingt der Druck also natürlich auch ab einer gewissen Tiefe so aber also spätestens wenn dann nur noch ich als Mensch unterwegs bin im Wasser ist der Druck natürlich viel weiter oben anzusetzen als Grenzwert aber was ich jetzt mehr dachte so selbst wenn ich dem Druck widerstehen würde hätte ich gar nicht genug Luft um dann noch bis nach oben zu kommen ja klar also das ist ja nochmal ein Faktor der dann reinkommt also wobei der Druck das Problem hat relativ schnell lösen würde aber ich finde es also dieser Gedanke der Umwelt so ausgeliefert zu sein finde ich nicht cool den Gedanken muss ich ganz ehrlich sagen ich finde das auch total faszinierend mir davon Reportagen anzugucken aber ich muss ganz ehrlich gestehen meine Neugier geht nicht so weit dass ich da selber runter muss so groß kann meine Neugier nicht werden Christian nein ich finde das auch faszinierend dass es Menschen gibt die sich freiwillig dieser Gefahr auch aussetzen das ist geil das ist geil dass es solche Menschen gibt aber ich bin keiner dieser Menschen ich bin auch weit entfernt davon ich sitze lieber zu Hause auf meinem Sofa da weiß ich was ich habe ich muss nicht in fast zwölf Kilometer Tiefe irgendwie was entdecken müssen ne 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 also ich freue mich dass Leute das tun und ich habe generell großen Respekt vor Forschern, Entdeckern die wirklich ja oftmals ihr ganzes Leben einem bestimmten Thema widmen und da wirklich alles rein investieren weil die einfach so engagiert sind in diesem Thema und dass sie so beschäftigt dass sie wirklich ihr komplettes Leben eigentlich dafür opfern da irgendwo so ein Checkmark hinter zu machen das habe ich entdeckt oder dieses Rätsel unseres Lebens habe ich gelöst und so weiter ich finde das mega faszinierend aber ich muss echt sagen dafür reicht mein persönlicher Entdeckerdrang jetzt nicht aus ich bin schon froh wenn ich innerhalb meiner meines Wohnorts immer mal wieder eine coole Abkürzung entdecke um von A nach B zu kommen damit mein Entdeckerdrang dann auch ungefähr auf ja sehr geil boah wieder eine neue Strecke yes kennst du das wieder zwei Sekunden gespart also du ja du bist ja Autofahrer ja ich hatte es also dadurch dass ich nie Autofahrer war und auch nicht bin immer mit dem Fahrrad unterwegs ist man natürlich was Strecken angeht ein bisschen flexibler teilweise als ein Auto also jetzt nicht unbedingt Entfernungen sondern mehr so die Verbindung zwischen zwei Punkten ist ein bisschen flexibler weil du nicht an die Straßen gebunden bist sondern eben auch mal Fußwege nutzen kannst im Zweifelsfall absteigen auch mal über eine Brücke rüber oder irgendwie so und das fand ich persönlich beim Fahrradfahren reizvoll hat jetzt wenig mit Unbekanntes in der Tiefsee zu tun aber du wirst gleich merken worauf ich hinaus will wegen diesen Abkürzungen darum geht es mir gerade ich war immer jemand der oft dann mit dem Bus fahren musste wenn es jetzt um längere Strecken in der Stadt ging einfach um so eine gewisse zeitliche Effizienz zu haben oder weil man auch nicht unbedingt immer überall so ein Fahrrad abstellen konnte oder wollte und so weiter und so fort und ich hatte irgendwann den Punkt ich glaube das war so als bei mir mit den Smartphones anfingen da war ich dann irgendwie entspannter und bin dann so wegen Google Maps und so halt da bin ich dann irgendwann entspannter geworden und bin dann irgendwie erkundungsfreudiger geworden früher hat mir das immer gereicht so dieses ich fahre von A nach B und oftmals waren das so Sachen auch Teile der Stadt in der ich gewohnt habe und so weiter wo mich das dazwischen nie so wirklich interessiert hat und irgendwann war dann bei mir so der Punkt wo ich dann auch so dieses Entdeckertum nenne ich es jetzt um den Bogen zurückzuschlagen zu dem Thema entwickelt habe und dann auch mal so die Bereiche dazwischen erkundet habe und teilweise festgestellt habe oh cool hier so ein bisschen links und rechts von der Straße wo der Bus lang fährt ist eigentlich auch ganz nett und dann manchmal so festgestellt habe okay wenn ich jetzt hier abbiege hä dann komme ich da raus so eine andere Stelle die ich auch schon kannte aber gar nicht wusste dass das in der Nähe von dieser Busroute lag teilweise so ne keine Ahnung total weird irgendwie jetzt denken sich alle hä ist der bescheuert irgendwas redet der da egal war mir jetzt ein Bedürfnis euch das zu erzählen also ich bin nicht so der Entdeckertyp das ist was ich damit sagen möchte genau ich freue mich über Leute die entdecken und ich genieße auch ich bin gern Nutznießer vom Entdeckertum aber ich bin selbst nicht der der vorangeht ja wie ich selbst schon am Anfang sagte ich liebe es auch unheimlich mir Dokumentationen anzusehen und auch diese Dokumentationen die du mir gestern geschickt hast ne vorgestern die fand ich auch wieder super spannend und hab mich wirklich wieder total gefesselt aber wie du schon sagtest ich bin auch nicht so derjenige Typ der wirklich große Risiken eingehen würde um seinen Verlangen nach oder seinen Wissensdurst zu stillen ich mach das lieber vom Rechner aus mir gefällt das ich gönne es anderen die das zur Lebensaufgabe machen dass sie die 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 Sachen die sie gerne entdecken möchten auch entdecken können ne ich ich finde es super faszinierend dass sie es schaffen sich so in eine Sache zu verbeißen dass sie dann auch hoffnungsfroh am Ende wirklich ein Output haben und dementsprechend diese Entdeckungen kriegen ne aber ich persönlich mir würde mir würde der Kackstift gehen wenn ich wissen würde okay ich sitze jetzt in einem U-Boot in einer kleinen Kabine weißt du wir wir reden ja von einem Gefährt was vielleicht zwei vielleicht im höchsten Fall drei Menschen beherbergen kann und dann in eine Tiefe zu fahren wo du weißt sobald irgendwas schief geht bist du hinüber na und da da finde ich es halt super spannend oder bin auch super dankbar dafür dass diese Menschen einem die Möglichkeit geben diese Sachen diese sich selber nicht trauen würden auch in quasi äh äh remote mäßig erleben zu können mhm denkst du äh ähm oder oder hast du schon mal drüber nachgedacht über ähm wenn du so an Tiefsee-Bereiche denkst ähm was ich gerade schon erwähnt habe so irgendwelche Unterwasser-Höhlen wo dann teilweise auch auch wieder das Atmen möglich wäre also weißt du was ich meine so Unterwasser-Blasen sozusagen in in der Höhle wo du theoretisch durch die Tiefsee reintauchen würdest und dann ist da so ein bisschen Hohlerde-Theorie-mäßig wie bei äh hier äh Godzilla vs. Kong mäßig und so weiter also natürlich nicht dass da irgendwelche Titanen leben oder so sondern ähm dass es da dann wirklich so Bereiche gibt wo man theoretisch auch wieder rumlaufen könnte anstatt zu schwimmen was also hast du da Gedanken zu ich finde diese Idee total faszinierend dass es da dann vielleicht sogar irgendwelche anderen Kreaturen gibt die die vielleicht gar keine Schwimmer sind die sich nur in so einem Höhlensystem irgendwie fort fortpflanzen und davon Dinge ernähren und einfach hin und her laufen irgendwie also du redest quasi äh von einem Biotop innerhalb innerhalb so einer Höhle also wirklich sowas ausgewachsenes ähm ja ich finde das äh auch super spannend äh ne gibt ja äh auch ein paar Filme die sowas ähm thematisieren ähm mir würde da zum Beispiel der zweite Teil von Iron Sky äh einfallen äh wobei das jetzt nicht über ne 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 ähm über den Tiefsee ist sondern ähm quasi eine zweite Welt unter äh innerhalb der Erdkruste ne auch wenn das Meer so Satire ist die Reise zum Mittelpunkt der Erde genau die Reise zum Mittelpunkt der Erde stimmt genau ne 80.000 Meilen unter dem Meer ne naja solche Sachen halt wobei es da äh eher im U-Boot zugeht ja aber aber du du merkst schon also es gibt auch finde ich viele viele literarische Werke sei es jetzt Bücher oder auch Verfilmungen ähm die sich ja auch mit dem Thema beschäftigen daran merkt man ja auch dass das so ein Ding ist was seit vielen Jahren auch die Menschheit beschäftigt und da geht es ja immer um dieses Fantastische um dieses Nichtvorstellbare was doch sich dann wieder irgendjemand vorgestellt hat und auch das finde ich ist so eine ja ganz faszinierende Eigenart von uns Menschen irgendwie die diese Fantasie in solche Bereiche zu treiben sich Dinge vorstellen zu können die sich vielleicht noch niemand vor dir vorgestellt hat also irgendwann war ja immer mal irgendjemand der erst also vielleicht hat sich auch irgendein alter Ur-Indianer im Dschungel mal irgendwas von der Unterwasserwelt vorgestellt und das nicht niedergeschrieben natürlich oder so aber ich finde irgendwann ob das jetzt ein Jules Verne war der sich da als erstes Gedanken darüber gemacht hat über so ein Thema oder was weiß ich der Hans Bob in irgendeinem Wald irgendwo auf dem Himalaya oder so völlig egal aber irgendwann in der Geschichte gab es mal das erste Mal dass jemand so einen Gedanken hatte sich Unvorstellbares vorzustellen und das das ist finde ich was was uns Menschen so ausmacht und was halt wirklich Hand in Hand geht mit diesem Perfektionismus und Entdeckertum und diesem Forscherdrang so also das gibt sich ja wirklich die Hand auf jeden Fall es gibt da Dinge die ich mir nicht erklären kann aber die will ich mir jetzt erklären und entweder denke ich mir da irgendwelche Farbeleien zu aus ja sei es jetzt ich will jetzt keinem auf die Füße treten aber sei es jetzt irgendwelche Geschichten über irgendwelche Götterpantheons und was weiß ich nicht was oder da sind Außerirdische weil ich mir das Licht am Himmel nicht erklären kann oder da gibt es den Bigfoot haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen über so mystische Kreaturen genau wir wollen jetzt nicht wieder vom Rädern anfangen aber das ist so also da hängt ja ganz ganz viel dran so dieses Unbekannte sich zu erklären und ich finde es wirklich faszinierend um nochmal diesen Bogen zum Grundthema zu schlagen heute ich finde es so faszinierend dass wir in der Lage sind uns so viel zu erklären aber trotzdem die Tiefsee noch so unerforscht ist ich finde es wirklich wirklich krass und ich bin auch super gespannt wann wann wir uns vielleicht in die Richtung entwickeln rein populationstechnisch dass wir uns vielleicht nicht mehr links und rechts gegenseitig wegbomben weil wir nicht mehr genug Platz und Territorien haben sondern so weit kommen technologisch dass wir auch unter Wasser uns ansiedeln weißt du es wird immer so gesprochen von ja da machen wir eine Siedlung auf dem Mond und auf dem Mars und keine Ahnung was und machen dann Terraforming und bauen da wie Mark Watney hier so Kartoffeln an irgendwie und explodieren dann dabei rettet den Marsianer also der Marsianer kann ich nur empfehlen cooler Film auf jeden Fall und das ist so weiß ich nicht ich verstehe nicht warum dieses Unterwasser Ding noch nicht so ein Thema geworden ist irgendwie weiß ich nicht also wir wären in der Lage dass das mit Sauerstoff zu versorgen weil wir müssten den Sauerstoff nicht erst durch den Weltraum fliegen eigentlich ganz praktisch man müsste ihn halt irgendwie so ich meine wir transportieren Gas in irgendwelchen Pipelines also kriegen wir das mit Sauerstoff wohl auch irgendwie gebacken oder ja durchaus so wenn sie nicht gerade sabotiert werden und das ist vielleicht auch so ein bisschen die große Angst weswegen man sich nicht da ansiedeln möchte aber man muss ja auch nicht direkt in den Marianngraben ziehen so hey wir gehen in den Marianngraben so irgendwie also man kann ja auch mal seicht anfangen so vielleicht in 30 Metern unter dem Meeresspiegel reicht auch schon um da ein Häuschen hinzusetzen oder so ein Unterwasserkuppel oder was auch immer ja und das also das verstehe ich wirklich nicht dass das noch nicht mehr Thema ist dass wir uns so ein bisschen in die Meere ausbreiten da ist so fucking viel Platz ja ich hab so das Gefühl hoch hinaus ist halt eher erstrebenswert als tief runtergraben ja gut wenn man den eigenen Planeten zugrunde richtet möchte man sich vielleicht nicht noch tiefer in die Scheiße reinbuddeln die man da abgeladen hat aber ganz genau wer weiß was du da alles findest wenn du dann dir denkst so in 30 Metern Tiefe mal was aufzubauen ne aber ich aber ich find's total merkwürdig ich hab also man hört das so oft wir müssen wie du gesagt hast so hoch hinaus und dieses wir müssen hier siedeln da siedeln und Weltraumstationen find ich übrigens auch ne technologisch richtig geile Errungenschaft einfach so ne dauerhafte Weltraumstation ist voll geil aber dieses dieses Meerthema kann ich mich nicht dran erinnern das schon mal irgendwo so großmedial interessant gehört zu haben hey wir müssen ins Meer hey wir müssen den Platz den wir haben ein bisschen besser nutzen vielleicht auch so keine Ahnung blöde Idee um weniger Wälder abzuholzen und so verrückte Idee ähm ich keine Ahnung verstehe ich nicht also vielleicht ist das auch nur bisher in meinem Leben komplett an mir vorbeigegangen vielleicht weiß das einer von euch da draußen gab es da vielleicht mal so Pläne die aus irgendeinem bestimmten Grund gescheitert sind oder gibt es da vielleicht sogar aktuell Projekte zu ich weiß es nicht wenn ja dann teilt mir das gerne mal mit über mindcast-podcast.de slash feedback ähm oder über sonstige von euch gewählte Kanäle da gibt es ja viele zum Beispiel ihr könnt uns auch über WhatsApp kontaktieren oder uns äh E-Mails schreiben ähm oder 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 das sind alles so Kontaktmöglichkeiten die ihr alle auf mindcast-podcast aua mindcast-podcast .de findet in verschiedener Form ich hab ja grad voll gegen mein Mikrofon geboxt irgendwie beim Bewegen warum machst du das ja ich bin ja grad so wild am gestikulieren ich bin so ich sitz hier gerade breit grinsen und bin so am ich bin grad einfach happy über dieses Thema weil also eigentlich hab ich nichts gesagt heute aber so viel geredet darüber weil das muss manchmal aber auch einfach sein ich weiß nicht wie es euch geht aber wenn ich ein Thema interessant finde dann kann ich doch einfach ganz viel drüber reden ohne viel dazu zu sagen eigentlich einfach so meine Gedanken mal laut aussprechen und ich find's einfach total faszinierend und auch dieses dieses Thema was ich gesagt hatte so das Bermuda-Dreieck das ist ja so ein Ding da werde ich demnächst auch nochmal so also wenn ihr Bock habt dann sagt uns das mal über so paranormale Sachen und so weiter und übernatürliches zu sprechen hätte ich auch mal richtig Bock drauf da bin ich auch teilweise richtig fies am Abnerden ich hab schon so viele Bücher ich hab früher immer so so Sachen mir angeguckt und gelesen von Erich von Däniken heißt er glaube ich dieser sehr spookige abgespacede Typ Erich von ja genau Erich von Däniken mittlerweile auch schon 87 wow der hat auch viele interessante Sachen geschrieben oder es gibt so so coole Sachen die die so ums ums Bermuda-Dreieck gehen zum Beispiel was ich total faszinierend finde dann gibt es ja so Regierungsexperimente die die damals durchgeführt worden sind und und Mysterien die sich auch heute noch um solche Sachen ranken also wenn ihr solche Themen mal gerne hättet schreibt uns das auch ganz gerne auch gerne immer übrigens im Discord da sind in der letzten Zeit ja wieder so ein paar neue Gesichter reingekommen gesellt euch gerne mal dazu auch da findet ihr den Link in der Regel unter den Podcast folgen im Zweifelsfall aber auch unter mindcast-podcast.de Christian was ich dich vorhin aber schon fragen wollte ja ich habe dich vorhin gefragt du warst noch nie in einem U-Boot also unabhängig von einem Museumsbesuch richtig aber warst du mal tauchen richtig tauchen nicht ich habe mal so einen Schnuppertauchkurs im Schwimmbad gemacht aber richtig getaucht bin ich noch nicht nein okay weil das das fände ich auch mal total interessant was da so die die Beweggründe sind also ich kenne das so so urlaubsmäßig ein bisschen so zwischen so ein bisschen Algengriffen langtauchen oder irgendwie mal so ein bisschen rum schnorcheln und so aber mich würde mal interessieren so diese diese Motivation wirklich von jemandem selbst berichtet zu haben so dieses warum will ich selbst da so weit runter irgendwie so und ich kann es halt nur so immer dieser Faszination zuschreiben und ich kenne halt auch niemanden der taucht ja doch also fände ich mal total spannend ich kenne tatsächlich jemanden der regelmäßig taucht der auch regelmäßig nach Ägypten fliegt hier bei mir um die Ecke im Fühlinger See regelmäßig tauchen geht ne für ihn ist die Faszination so hat er mir mal erzählt ist das einfach die erst mal diese Ruhe und die ganze Flora und Fauna die du unter Wasser sehen kannst einfach zu entdecken und quasi mit den Fischen zu schwimmen wenn man das jetzt mal so poetisch sagen möchte ne und er mag es einfach dieses auch dieses schwerelose Gefühl im Wasser zu haben okay das sind so seine Bewegungen das Feeling ist natürlich ja gut das kann ich nachvollziehen das ist natürlich so hat sowas leichtes wobei ich auch sagen muss muss ich wieder nochmal unterstreichen ich bin ja keine Wasserratte so ein bisschen so dieses als Kind rumplanschen und pipapo fand ich natürlich immer ganz nett ist im Sommer natürlich auch eine tolle Erfrischung aber immer wenn es so in Richtung Tauchen ging war ich nie so der große Fan von ist natürlich mal spannend so mit einer Tauchbrille unter Wasser zu gucken hatte ich dann aber auch irgendwann keinen Bock mehr als als mal als ich mit Taucherbrille tauchen war im Schwimmbad als halt irgendein Rentner da seine Hose unter Wasser ausgezogen hat und dann so eine gelbe Wolke um den rum entstanden ist da bin ich dann auch ganz schnell aus dem Becken verschwunden ich glaube danach war ich auch nie wieder Tauchen irgendwie im Freiland verstehe ich also das war schon ein einschneidendes gelbes Erlebnis das ist also weiß ich nicht also wenn ich schon ins Becken pisse unter Wasser dann kann ich doch wenigstens die Butts anlassen oder also wo war da jetzt der Mehrgewinn also die also ne also die Badehose ist ja dann trotzdem in der Pisswolke drin unter Wasser also das hat halt überhaupt keinen Mehreffekt also weder wollte ich einen Rentnerpimmel sehen noch wollte ich eine Pisswolke unter Wasser sehen und weiß ich nicht also vielleicht gibt es auch einfach nettere nettere Orte an denen man tauchen kann als in einem öffentlichen Freibad bestimmt sagen wir es mal so ja keine Ahnung wo das jetzt hier gerade schon wieder hinführt aber also mich würde es mal interessieren wie so eure Gedanken auch dazu sind zum Thema Tiefsee ob ihr vielleicht auch mal vielleicht gibt es ja sogar Zuhörer die vielleicht in der Marine unterwegs sind oder so das wäre natürlich geil glaube ich jetzt zwar nicht aber wäre natürlich mal ein ganz cooler Eindruck würde mich total interessieren ob ihr irgendwie so vielleicht nicht unbedingt mit Tiefsee aber vielleicht schon mehr als man so im Urlaub mal planschen und schwimmen und tauchen würde vielleicht gibt es ja jemanden der da ein bisschen mehr Erfahrung in dem Bereich hat würde mich total interessieren mal eure Gedanken zu dem Thema zu hören oder vielleicht auch jemanden aus dem Forschungssektor oder so der da mit den Ergebnissen dieses ganzen Bereichs auch in Berührung kommt oder so würde mich genauso interessieren bin ich immer total neugierig drauf man weiß ja dann manchmal gar nicht so genau wer so alles in der Hörerschaft sich da so rum bewegt und manchmal ist man ja überrascht merke ich ja hin und wieder an dem einen oder anderen Feedback wo dann Mitteilungen kommen irgendwie wo man dann gar nicht gedacht hätte so ach guck mal sowas ist auch in der Community finde ich cool also sowas im freundlichsten und besten aller Sinne natürlich also so die Art Mensch der Art Berufszweig oder so dass man dann das eine oder andere dann doch noch in der eigenen Community wiederfindet finde ich immer total spannend von daher haut mal raus was eure Berührungspunkte sind ja wie sieht es aus mit dir Christian hast du heute Lust bekommen noch tiefer abzutauchen oder denkst du dir immer noch nee lieber nicht nee lieber nicht ja kann ich verstehen kann ich verstehen ich bleib doch immer noch lieber auf meinem Sofa ne so tief kann ich immer noch fallen das reicht mir ja aber vielleicht können wir uns ja evolutionstechnisch auch ein bisschen weiterentwickeln und kriegen halb durchsichtige Köpfe ähm das wäre doch noch was mit den Skobaugen ja ich muss ich muss jetzt äh das ist leider äh jetzt so ein internes Ding ich muss mich an dieses eine Foto erinnern äh wo du äh ich weiß nicht äh mit irgendeinem Filter gearbeitet hast du diese Stehnaugen gekriegt also dieser Schneckenfilter ja oh mein Gott ich hab dieses Bild wieder vorm Auge ja ja da gibt's schon äh gruselige Sachen sah so ein bisschen aus wie ein fehlgeschlagenes Genexperiment äh gekreuzt mit einem Blobfisch gekreuzt mit so einem Laternenanglerfisch ja war schon nicht schön anzuschauen lag hauptsächlich an der Vorlage nämlich mir würde ich jetzt so nicht sagen ich hab's dir einfach mal vorweggenommen ich hab's dir einfach vorweggenommen ich seh doch deine Augen deine abfälligen Blicke oder waren es deine Abfall waren es deine Abfallblicke ich weiß es nicht naja ihr Lieben ich würd sagen wir setzen mal den Schnorchel ab und tauchen langsam wieder auf denn ähm ich also wie gesagt ich könnte noch stundenlang über dieses Thema reden ohne viel zu erzählen es ist wirklich ein spannendes Ding ich kann euch nur empfehlen wenn ihr so Tiefsee ähm nen Fable dafür habt schaut euch mal wirklich so Dokus dazu an da gibt's viele verschiedene gibt's auch relativ kurze nur so Auszüge wenn ihr euch nicht direkt so lange committen wollt für eine komplette Doku oder so also es gibt viele viele Sachen die man sich da angucken kann zum Glück und es ist wirklich faszinierend was da so für Kreaturen ähm ja kreuchen und fleuchen und ich find's halt wirklich spannend und damit möchte ich das von meiner Seite auch abschließen was es wirklich alles in der Natur so gibt also das ist wirklich eine faszinierende Sache und vor allen Dingen was die Evolution auch immer wieder hervorbringt beziehungsweise in vielen tausenden Jahren schon hervorgebracht hat ähm das ist wirklich eine krasse Sache und Evolution an sich ist einfach der Shit ja das wäre jetzt so deine Möglichkeit noch was zu sagen wenn du möchtest ich musste dir einfach so zuhören ne von meiner Seite aus war's das auch für heute ich danke euch recht herzlich zum Einschalten dieser Folge und ja ich hoffe ich hoffe ihr hattet auch jetzt ein bisschen Spaß und ja wie Marco schon sagte schreibt uns gerne eure Gedanken zu diesem Thema mich wird es natürlich auch brennend interessieren vor allem ob ihr wirklich Erfahrungen im Tauchen habt und was für euch die Faszination dessen ausmacht in diesem Sinne bleibt trocken und lebt lang und in Frieden tschüss 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 Musik Musik